Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, wir haben ja in dem letzten Video besprochen, oder es war eine Botschaft von mir, achtet auf die Zeichen, diese ganzen Synchronicitäten, diese Synergien, die seltsamen Zufälle oder Begegnungen. Und so habe ich auch im Zuge dessen jetzt noch einmal für dieses Video eine Bestätigung von oben mehr oder weniger bekommen, wo auch die letzten Videos von mir, inklusive der letzten Audios, alles zusammengepackt noch einmal bestätigt wird. Und in diesem Video möchte ich mit euch gewisse Begriffe beleuchten, aus der Bibel, die unabdingbar miteinander zusammenhängen. Ja, der Begriff Glaube, der Begriff Hoffnung, Vision und Fokus. Ja, Fokus, die Linse scharf stellen, wo ist dein Fokus? Und das hängt auch alles mit der Eskatologie, mit der Lehre der letzten Dinge zusammen. Und letztendlich, findet man das in der Bibel auch, mit der Geburt der neuen Welt. Und um das geht es ja. Wir haben ja diese ganzen Begriffe, die neue Welt, die Vollkommenheit, die Reife, das Erwachen, das Erwachsenwerden, diese Vollkommenheit, die Herrlichkeit. Gloria ist übrigens auch ein Name, den wir nicht zufällig haben. Das sind alles diese Dinge, die hier mit hineinspielen. Warum heißt die Gloria Gloria? Warum haben wir diesen Namen gegeben? Das wussten wir damals noch gar nicht. Wir wussten damals noch gar nicht, in welche Richtung das gehen wird mit diesem neuen Kanal. Und wobei dieser Begriff Herrlichkeit ganz, ganz wichtig ist. Nämlich Gloria heißt Herrlichkeit. Ha, das war jetzt ein Seufzer. Ja, die Seufzer, die haben wir auch vor kurzem erst beleuchtet. Und so spielt das alles zusammen. Wir müssen nur auf die Zeichen achten. Ja, es sind so viele Zeichen da, in der Welt, draußen, im Alltag, im Beruf, in der Familie, wo wir sind, in der Natur. Es gibt so viele Zeichen. Wir müssen nur die Ohren öffnen, die Augen öffnen. Ja, darum heißt es ja auch in der Bibel, öffne, Herr oder Gott, öffne mir die Augen meines Herzens. Oder Herr, öffne mir das Ohr, steht auch in der Bibel drinnen. Ja, wir haben auch, wir sollen uns auch die Augensalbe kaufen, damit wir richtig erkennen können. Und damit wir diese Zeichen, mit denen Gott, der Heilige Geist, zu uns spricht, speziell für diese Zeit, jetzt erkennen können. Und dann zusammenspielen, ja. Ich möchte euch auch bitten, falls ihr intensive Träume habt. Ich habe auch einige Damen, die oft ganz spezielle intensive Träume haben. und die mir das dann immer schicken und das passt auch fast immer hinein in das Konzept, was wir jetzt haben. Ja, also wenn euch irgendetwas innerlich tief bewegt oder wenn euch etwas gezeigt wurde, bitte scheut es euch nicht, mich anzuschreiben. Ja, es passt letztendlich alles zusammen. Es gehört alles dazu, weil ich weiß genau, du bist auch so ein göttliches Werkzeug. Also in dir ist dieses göttliche Sein, in dir sind diese Fähigkeiten der Intuition. Wir müssen nur aufpassen und unsere Sinne dafür schärfen. Das Video gibt es nicht hier auf diesem Kanal, sondern auf dem neuen Kanal Göttliches Sein. Link ist unten drinnen und ich wünsche euch wie immer Gottes reichsten Segen. Das Video gibt es nicht hier auf dem Kanal Göttliches Sein. Das Video gibt es nicht hier auf dem Kanal Göttliches Sein.